Kathi und Mats Hitz, so feiern sie ihr erster Ostern mit Ludwig Es ist ihr erstes Ostern als kleine Familie. Am 11. Januar dieses Jahres wurden Kathi, 30, und Mats Hitz, 29, zum ersten Mal Eltern. Sohnemann ist seither der ganze Stolz von Mami und Papi. Zwar will das Paar seinen Nachwuchs weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauslassen, so manches Kuschelpick findet man dann aber doch auf ihren Sozial-Media-Kanälen und auch den einen oder anderen Familientalklassen sie zu. Promiflas hat Kathi jetzt verraten, so verbringen die drei ihr erstes gemeinsames Osterfest. Beim Milka-Osterbrunsch in Hamburg plaudert Kathi über ihre Feiertagspläne, also der Schokohase gehört generell für mich zu Ostern dazu, aber dieses Jahr ist es auch so, dass mein Papa am Ostersonntag Geburtstag hat und meine Mama am Ostermontag. Da wird der kleine Ludwig wohl doch nicht der alleinige Star der Feierlichkeiten sein. Die Geburtstagskinder geben den Takt vor, weiß Kathi. Und was heißt das genau? Meine Mama geht gerne wandern, also schätze ich mal, dass wir wandern gehen, offenbart die Modedesinnerin im Interview. Zwar ist ihr Sohn immer mit seinen zwei Monaten noch viel zu klein, um selbst zu laufen, bei so einem Familienausflug darf er aber sicher nicht fehlen. Oh, das ist ja. Oh, das ist dein Pinotag. Oh, das ist schon nur ein 8元 und Affiliatein. Ohai, ich will mal mit dessen. Das ist noch gar nicht dran. Ich will etwas genau, was ich noch gar nichtopes verwacht. Versich haltих mal... Wir haben jetzt yellowt ihre Farbe gear, immer wiederookie, disrespect zu schauen, aber sowas zu glauben können. Und dafür wöchternuer importantly sind wir natürlich plansop morality Das ist geladehaft oder die 이상 geworden digo, das sind educationalkom Для? Lyn schöner index fünf Wochen. Weil wir in der Nähe Untertitelung des ZDF, 2020